Steuerkanzlei Franziska Frey – Ihr kompetenter Partner für eine erfolgreiche Zukunftsgestaltung. Sie wollen Ihr Unternehmen noch erfolgreicher machen? Das Team unserer innovativen Steuerkanzlei begleitet Sie dabei. Für beste Beratung und Betreuung steigern wir kontinuierlich die Kompetenz unseres gesamten Teams. Durch klare Zuständigkeiten und mitunternehmerisches Denken gehen wir auf Ihre Bedürfnisse gezielt ein und gewährleisten gleichzeitig qualitativ anspruchsvollen Komplettservice. Wir sehen die Menschen hinter den Zahlen. Als Mandant stehen Sie immer im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Die Förderung Ihres wirtschaftlichen und persönlichen Erfolgs in einer vertrauensvollen und langfristigen Partnerschaft ist unser Ziel. Ihre Liquidität, Ertragssteigerung und Existenzsicherung haben wir dabei immer im Blick. Dafür erstellen wir Ihnen Ihren persönlichen Erfolgsreport. Mit dem Erfolgsreport haben Sie jederzeit zeitnahe monatliche Auswertungen auf Jahresabschlussniveau in der Hand. So wird Ihr Erfolg planbar und unternehmerische Entscheidungen erhalten eine zuverlässige Basis. Martin Frech, Geschäftsführer der Frech GmbH Heizung und Sanitär, wird schon in der zweiten Generation von der Steuerkanzlei frei betreut. Die Informationen über zukünftige Chancen und Risiken geben ihm Sicherheit für die Unternehmensentwicklung. Für Marco Werling, Geschäftsführer der Marvel Press Deck, müssen für Entscheidungen immer aktuelle Kennzahlen zur Verfügung stehen. Der reibungslose elektronische Datenaustausch mit der Steuerkanzlei frei kann das bieten, bei Bedarf sogar tagesaktuell. Schnelle Reaktionen auf Veränderungen und eine fundierte Zukunftsplanung sind so problemlos möglich. Er schätzt den gemeinsamen Austausch und die aktive Unterstützung. Für Bernd Strauß von der Baum- und Gartenpflege Strauß ist die Investitionsplanung ein Kernthema. Die Umsatzplanung und Analyse mit leistungsbezogener individueller Umsatzauswertung durch die Steuerkanzlei frei gibt ihm die Planungssicherheit, zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Umfang in seinen Maschinenpark zu investieren. Neben dem Erfolgsreporting bietet das Business Coaching einen einzigartigen Mehrwert, den wir als Steuerkanzlei unseren Mandanten bieten. Wir unterstützen mittelständische Unternehmer dabei, ihre beruflichen und privaten Ziele zu erreichen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Profitieren auch Sie für Ihr Unternehmen von unserem Know-how. Dass wir 2012 bereits zum zweiten Mal mit dem Hauptpreis des Deutschen Mittelstandsprogramms ausgezeichnet wurden, zeigt, dass wir mit unseren innovativen Konzepten für ihren Erfolg auf dem richtigen Weg sind. Steuerkanzlei frei – Hand in Hand in eine vertrauensvolle Zukunft.